Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video aus dem BTS 2. Wir sind heute unterwegs, wieder am 4. Januar und zwar in unserer letzten Fahrt durch Rumänien erstmal. Dann haben wir die letzten Stunden in Rumänien fertig, deswegen fahren wir auch nach Bulgarien weiter. 1.0 Promenade 1.8 km 2.8 km 2.8 km 4.8 km Das ist wohl keine besondere lange Tore, aber es sind zwei Eurobeschaften aus der Strecke. Mich nennt jetzt einfach mal Fotoerrungenschaften. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass man so eine Art Galerie mit diesen Fotoerrungenschaften anlegen kann, hätte ich schon ein paar mehr in der Sammlung. Ich dachte eigentlich am Anfang immer nur, dass man irgendwelche Aussichtspunkte, wo man sich was angucken kann. dass man gewisse Na. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, so ist es auch mal ein Kind, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017